Mann, war das eine lange Verfolgungsjagd. In der Tat, das waren mindestens vier Stunden. Wo sind wir? Keine Ahnung. Die anderen sind sicher auch weg. Verdammt! Keine Angst. Wir fragen einfach einen der Einwohner, wo wir sind. Ach, Entschuldigung. Ja, was ist? Wir haben uns verlaufen. Könnten Sie uns sagen, wo wir sind? Ja, ihr seid auf der südlichen Seite des Waldes. Wirklich? Ich dachte, wir wären auf der westlichen Seite. Nein. Die westliche Seite des Waldes hat ihr seit mindestens eine Stunde verlassen. Das hier ist definitiv die südliche Seite des Waldes. Wow. Ihr kennt euch wirklich gut aus in der Gegend. Aber eine Frage hätte ich noch. Ja, schieß los. Ihr seid ja Wölfe. Warum habt ihr solches Shampoo-Haar? Ihr müsstet doch eigentlich... Eigentlich was? Ihr müsstet doch eigentlich dreckig und zerzaust sein. Oh! Das ist diskriminierend. So war es einen Wolf zu sagen. Das ist einfach nur ekelhaft. Was würde passieren, wenn ich euch sagen würde, ihr seht aus wie totale Schnösel, weil ihr reich ausseht? Hey, das ist aber nicht nett. Ihr habt angefangen damit. Hey, 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 hey. Moment mal. Das schiebige Lachen. Ich kenn's wieder. Es ist... Der fliegende Holländer. Ha, 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 ha. Ja, und diesmal könnt ihr mich nicht aufhalten. Diesmal war ich schneller. Ha, 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 ha. Ich habe mindestens schon 30 Seelen eingesackt. Ha, 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 ha. Ach, du heiliger Kolibri, er hat recht. Ha, 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 ha. Natürlich habe ich recht. Über Sachen wie Seelen einsacken mache ich keine Witze. Ha, 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 ha. Aber keine Angst. Ihr seid die Nächsten. Nein. Ha, 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 ha. Ich eile zur Rettung. Nein. Chase, Chase, sag doch was. Ha, 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 ha. Das sind wohl meine letzten Augenblicke. Aber wie heißt der Kodex eines Polizisten? Riskiere dein Leben, um andere zu retten. Sag doch sowas nicht. Ha, ha, ha. Ich befürchte, das war's. Lebt wohl, Freunde. Nein. Ha, 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 ha. Jetzt habe ich auch einen von euren dämlichen Gang eingesackt. Jetzt steht mir nicht mehr viel im Wege bis zum endgültigen Sieg. Ha, 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 ha. Boss, ich habe schlechte Neuigkeiten. Ah, Prinzessin Odette und Prinz Derek. Was ist los? Einer unserer Kameraden gefallen. Chase ist tot. Das sind unglückliche Informationen. Sehr unglückliche Informationen. Was sollen wir jetzt tun? Der fliegende Holländer kennt keine Grenzen in Sachen Grausamkeit. Tja, dann wird es Zeit für die harten Geschütze. Macht euch bereit, Kameraden. Es kommt ein harter Kampf auf uns zu. Und dann... Untertitelung des ZDF, 2020